Wenn es eine Person in Deutschland gibt, die in wenigen Worten und ganz präzise zusammenfassen kann, was denn eigentlich bei Habeck seiner Energiepolitik falsch läuft und warum Herr Habeck ein absolut katastrophaler Wirtschaftsminister für Deutschland ist, dann müssen Sie einfach nur auf Alice Weidel schauen. Wir werden jetzt gleich in einem Video sehen, wie sie in einer Fernsehsendung mit klaren und präzisen Worten so richtig mit dieser kopflosen Politik abrechnet. Dabei bleibt es jedoch nicht, weil Alice Weidel tut letztendlich auch vorausschauend in die Zukunft blicken und prognostiziert so große Armut und Elend, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Bitte schauen Sie daher unbedingt das Video bis ganz zum Ende, damit Sie genau wissen, was auf zukünftige Generationen in Deutschland zukommt. Jetzt aber genug geredet. Wir hören uns nun an, was Alice Weidel eigentlich zu sagen hatte. Thematisch ist das in Deutschland ganz groß die Energiepolitik. Ich glaube, uns wird das hier komplett um die Ohren fliegen. Aufgrund der Fakten, die er auf den Tisch legt, die sie ja kennen. Abschaltung der Kernkraftwerke, Sonderweg Deutschland, der einzige noch Industriestaat, der auf Flatterstrom baut und einer Regierung, die nur ideologische, nicht physikalisch begründbare Projekte durchdrücken will, die einfach nicht funktionieren. Kurz und prägnant bringt es Alice Weidel mal wieder auf den Punkt. Wie man überhaupt auf diesen unsinnigen Gedanken kommen kann, eine Industrienation mit Flatterstrom betreiben zu wollen, ist mir absolut nicht erschließbar. Mittlerweile habe ich allen Ernstes das Gefühl, dass 99% der deutschen Bevölkerung eine bessere Politik machen würden als die Grünen und ganz besonders als Herr Habeck. Was mich aber wirklich am meisten immer wieder auf die Palme bringt, ist die Selbstverständlichkeit, mit der Herr Habeck seine Energiewende erklärt und begründet. Diese Arroganz sieht man leider sehr häufig im linksgrünen Spektrum. Mir fällt da zum Beispiel auch eine Frau Neubauer oder eine Claudia Roth ein. Herr Habeck spielt sich dann die ganze Zeit so auf, als wäre er die einzigste Person in Deutschland, die die ganzen Zusammenhänge verstehen würde und wir einfachen Bürger mit unserer Kritik hätten überhaupt keine Ahnung. Da tut es wirklich immer wieder gut, wenn Frau Alice Weidel ihm die Stirn bietet. So hat sie das jetzt gerade eben wieder auf Twitter getan und dort folgenden Text verfasst. Die AfD würde, wäre sie in Regierungsverantwortung, durch die Instandsetzung und anschließende Wiederinbetriebnahme unserer Kernkraftwerke vor allem dafür sorgen, dass überhaupt wieder günstige Energie produziert wird. Nur so lässt sich Deutschlands Wirtschaft dauerhaft retten. Und oben drüber können wir noch die brillante Feststellung lesen, Habecks Subventionspolitik ist Sargnagel für Mittelstand und Handwerk. Letztendlich muss man diese Missstände und diese kopflose Politik von Herrn Habeck ansprechen, ansonsten macht dieser weiter wie zuvor und wird niemals von seinen Drohnen runterkommen. Jetzt aber genug geredet, nun hören wir uns an, was Alice Weidel noch so zu sagen hatte. Die Energiekosten gehen durch die Decke, jetzt fängt man ja schon verzweifelt an mit Stromrationierung. Also da will man Biker, ich muss mal wirklich, also muss ich mal vorstellen, über was für Themen in Deutschland mittlerweile gesprochen wird. Diese Zustände in Deutschland sind einfach nur noch traurig und erschreckend. So spürt man regelrecht die Sorge und Ängste der Bürger, die mittlerweile dazu gezwungen sind, den Strom zu rationieren und mit allen Mitteln Energie zu sparen. Jeden Tag liest man eine neue Nachricht, dass wieder eine Stadt die Straßenbeleuchtung nachts runterdreht, weil sich die Kommune diese Beleuchtung nachts nicht mehr leisten kann. Haben sie abends schon einmal das Experiment gemacht, durch die Fußgängerzone zu laufen? In ganz vielen Städten ist mittlerweile die Beleuchtung in den Schaufenstern auch runtergedreht oder komplett ausgeschaltet, einfach weil der hohe Strompreis für viele Einzelhändler auch nicht mehr tragbar ist. Und meine Damen und Herren, die alleinige Verantwortung für diese ganze Misere trägt letztendlich Robert Habeck. Bitte lassen Sie sich nicht in die Irre leiten, wenn dieser etwas von Krieg in der Ukraine oder schweren weltwirtschaftlichen Lage faselt. Letztendlich sind das alles nur Ausreden, um von seinen eigenen Versagen abzulenken. Jetzt bitte ich Sie, in die Kommentare zu schreiben, wie Sie tagtäglich diese Energiekrise in Deutschland erleben. Sind Ihre Strompreise gestiegen oder müssen Sie mittlerweile auch schon auf gewisse Dinge verzichten? Vielen Dank für Ihr Feedback und bis zum nächsten Video.